wir haben noch so viel zu lesen mal wenn wir das lesen kriegen wir arcanes wissen die höhe unser arcanes wissen umso bessere vorteile kriegen wir dann also immer regelmäßig zur bibliothek gehen ich kann mir schon charlie es ist eng schnippen ein von hexen gefährliches gefäß mit dem die unschuldigen die vertreten sollen nehmen wir jetzt einfach mal mit sie glauben hallo schade 25% bonus ressourcen durch aufgenommene gegenstände und das arcanes level ist gestiegen der erfolgreiche einsatz von worte der macht das erforschen des ab das Abteilgeländes und sogar das Streicheln von Charlie gewährend Arcanes Wissen. Dass Hunter's Arcanes Level steigern kann, wie höher das Arcan Level umso mächtigere Belohnung, erhält Hunter auf dem Abteilgelände und das Arcanen Thron. Gut. Hallo, Agatha. Wie bei fast allem hier steckt auch hinter diesem Ort mehr, als man denkt. Erinnerst du dich an die Worte, die ich dir als Kind beigebracht habe? Muss ich sie wirklich aufsagen? Tu einer alten, toten Frau den Gefallen. Hokus pokus. Ah ja. Ach, du hast es nicht verlernt, Liebes. Die Worte mögen simpel sein. Aber diese Sockel zeigen sich nicht jedem. Jeder repräsentiert eins der Grundelemente, deren Kraft nur durch die Elementarstäbe aktiviert wird, die normalerweise darin enthalten wären. Und wo sind diese Elementarstäbe jetzt? Leider in alle Winde zerstreut. Eine Nebenwirkung von Wanders Experimenten hier. Lass mich raten. Ganz recht. Ich möchte, dass du die fehlenden Stäbe findest und sie herbringst. Wenn ich Wanders Tagebuch entschlüssele, werden ihre Notizen hoffentlich bei der Suche helfen. Aber du hast mir nicht gesagt, was der eigentliche Zweck ist. Weswegen machen wir das alles hier? Alles zu seiner Zeit, Liebes. Nach dem, was mit Wanda geschehen ist, solltest du es langsam angehen lassen. Denk bitte nicht zu viel über dieses kleine Projekt nach. Wir haben keine Eile. Und Schwamm drüber, wenn es dir nicht gefällt. Aber noch eine Sache, bevor ich zurück in die Bibliothek gehe. Ein Arcana-Schlüssel? Nur eine Kleinigkeit als Anerkennung für deine bisherigen Bemühungen. Der Schlüssel öffnet die Truhe in deiner Nähe. Oh Mann. Na gut, probieren wir es mal. Versuche auf dem Abteil Ländlerer Tandrug. Schüsse ich eine Entschlüsselung auf. Hä? Vielleicht gar nicht gekriegt. Betrug. Der Betrüger. Erkundung des Abteil Ländlers ist von nun an optional. Du kannst dir ab sofort unabhängig von der Haupthandlung nachgeben. Wenn du da zu weit bist, lehre zu deinem Zimmer zurück und lege dich schlafen, um den nächsten Parkwind zu sein. Ach, wir gucken erst mal. Auf dem Abteil Ländlerer Tandrug gibt es zahlreiche Orte hier als Zuflucht. Sobald du eure Zuflucht entdeckt hast, kannst du dort tagsüber mit einem Helden abbringen und der Helds Freundschaft belohnen dafür. Jede Zuflucht kann nur einer benutzt werden. Jeder Held kann im Verlauf des Spiels nur eine Zuflucht auch suchen. Ah, da muss ich mir sehr gut überlegen, was ich hier mache. Natürlich, wir wollen jetzt noch alles hier. Ich habe ihn tot gefunden. Äh, das sollte man nicht so weit sagen. Lü. Einfach nur schön. Was ist das hier für Rubin? Ach, wo die Lantarstäbe waren, also bei einem, glaube ich, weiß ich noch, wo der war. Ein Elementarstab. Ich sollte ihn zum Altar bringen. Feuer, Feuer, Feuer. Feuerstab könnte der Schmiede sein. Verbläffend. Interessant. Was ist das? Jetzt ist noch schön gewesen, wenn er ans Winken rührt oder so. Aber war mir gut. Man kann ja nicht alles haben. Gut. Scheinlich gehört zu haben. Hier scheint der Stab nicht zu sein. Wann würde er nur noch Luft und Erde? Das hat auch die große Frage. Wo könnte das sein? Es ist spät. Wir gehen höchstens noch. Er ist auf begeistern. Ich sehe, du hast einen der Elementarstäbe gefunden. Wenn du weitermachen willst, kannst du gerne nach mehr suchen. Ja, das können wir ein andermal machen. Das dürfte ja ein bisschen langweilig für euch werden. Also, ab in die Fähne. Oder? Scheinmal. Ja, genau. Vermessbar. Zeit, dass wir auch mal unsere Bude ein bisschen aufmotzen. Zeit, dass wir uns mal wieder richtig wie zu Hause fühlen. Na, sieht doch schon mal ein bisschen schöner aus hier. Na gut. Legen wir uns jetzt mal hin. Äh, immer diese komischen Träume. Ja. Ist schön, dein Gesicht nach all diesen Jahren wiederzusehen. Das kann ich nicht behaupten, Mutter. Genug der Täuschung. Zeig mir deine wahre Gestalt. Das ist meine wahre Gestalt. Wie damals, als du ein süßes, hilfloses, kleines Baby warst. Du erinnerst dich nicht, oder? Ich schon. Deine Geburt war der glücklichste Moment meines Lebens. Dich von der Welt zu tilgen, wird meiner sein. Ich dachte, die Worte der Macht würden deine Augen öffnen. Aber ich hätte wissen müssen, dass meine Schwester und ihre Hexe dir die Wahrheit vorenthalten würden. Welche Wahrheit? Die sie dir verschweigen. Du musst nur... Warte! Mutter! Wo hast du... Okay, Lilith ist eindeutig die Art Mensch... Okay, Dämonen, die nicht spoilern würden. Ich lasse es euch nicht vor. Erst teasen sie ein und dann verraten sie ein Nüscht. War das wirklich sie? Oh Mann, ey. Ein Rätsel hat der Knall in einem verlassenen Lager aus der Ursache für geborstene Fenster, also berichtete Anwohner Brucklands. Das laute Geräusch war spätnachts zu hören und hat angeblich Fenster im Umkreis von drei Block zerspringen lassen. Ich war heute bei Aegis' Schrein. Ich hatte ein seltsames Gefühl, so als... Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Soll sie sich ihre Hand auf deine Schulter legen? Ich dachte, es ginge nur mir so. Aber seit der Andacht nicht mehr dort. Sollte es hingehen, es ist friedlich. Wäre sie noch hier, hätte sie gewollt, dass du sie besuchst. Oh Mann. Ja, tagsüber sieht es schön aus hier. Ja, irgendwann wird es. Das Grab von Jeremiah Cain, einem weiteren Wirt des Spirit of Vengeance. Ob er als Ghost Rider genauso hin- und hergerissen war wie Robby? Ja, wenn wir vielleicht nicht erfahren. Das vogelnde Flüsschen. Das ist ein Hexenzeichen. Ah. Sieht mal interessant aus. Das ist ein Hexen. Hm, 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 hm. Hm. Okay, Sesam, öffne dich. Die Göttin der Ordnung ist erfreut. Christian hat Schlüssel und... Ich muss zugeben, wenn ich den Verstappen irgendwo vermutet, dann hier. Aber naja. Ich brauche eine Einhütung. Ich brauche eine Einhütung. Okay, da war das Blatttor. Erstmal die Schmiede. Das wird dir gefallen. Na, wie läuft das ganze Weltrettungsding? Wie sieht das aus? Licht und Dunkelfähigkeit. Charlie musste eine dampfende Helix im Flur hinterlassen haben. Licht, dritter Aggregatzustand. Das ist das Balance-Symbol auf der Karte dargestellt. Der Fähigkeit des Lichts oder des Dunkels im Kampf auszuspielen, beeinflusst das Balance insgesamt in dieser Richtung. Aha. Hm. Ich brauche eine Dunkelspiel. Eine Karte ganz ähnlich meiner eigenen. Psst. Tony arbeitet. Immer ein Vergnügen. Ja, ich habe euch auch sehr lieb. Ach, meine gute Charlie. Wer ist ein braves Mädchen? Meine Charlie. Ehrlich. Wer könnte Charlie nicht nehmen? Okay. Gucken wir doch mal. Alter, ein Manöver kostenlos. Die zwei Karten kostenlos. Alter, eine Nacht kostenlos. Ich will einen Helden aus meinen Gegner zu produzieren. Okay. Ich nehme schon an. Sollte nützlich sein. Hey, äh, ich hätte da eine Bitte. Das Leben von Superhelden ist kompliziert und manchmal brauchen sie deinen Rat oder bitten dich sogar um einen Gefallen. Hilf Helden bei ihren Problemen und lass dich dafür belohnen. Psst. macht eine Pause von seinem Training und gibt dir eine kurze Einschätzung. Sie handelt euch der Gleifel für Dämonen. Ja, wie sollen wir dann hier an? Gucken, ein echter Krieger stellt Technik über hohe Gewalt. Über hohe Kraft, Übungen, Verstand, nicht Feuer und Wut. Gerniere so wild, du kämpfst mit Witten der Absicht. Kein Pardon, keine Gnade. Ich würde sagen, er hat das. Danke, Hunter. Na, mit wem sollten wir jetzt trainieren? Was mit Nico? Natürlich. Da bist du ja, Hunter. . Vielen Dank.